Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen heute auf Hive. Hallo Spiderweb. Hallo. Geht's los? Ich bin wieder aus dem Urlaub da. Ach so, du bist da. So, wir spielen heute die Zigarre von Team Nektar. Mit 250 Kisten drauf. Gut, sie heißt Sikarre. Also Sikarre. Sikarre, you know. So, du willst da lang. Ah, ich hoffe nach hinten. Ah, ganz verrückte, ekelige Gänge hat Robert gesagt. Ich kenne die Map gar nicht, aber Robert kennt. Wir haben die Eimer. Guck mal, hier gibt es Karotten. Junge, lass doch die armen Karotten in Ruhe. Das sind auch nur Menschen. Lecker. Lecker oder Hacker? Leckere Menschen. Hacker. Garotten sind Hacker. Ganz klar. Wir versuchen eindeutig schon viel zu lange aufzunehmen. Oh ja. Da läufst ja du. Seit 17 Stunden. Ähm. Ja, mindestens. Von Goldbahn und Spinnen. Hättest du das. Hätte ich mir schon immer gewünscht. Ja, bitte. Nimm hin. Ah, ich stecke in der Block. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, oder? Wollte so sagen? Ein Clown-Fisch. Ne- Was? Der heißt so noch Nemo? Ich habe einen Fisch als Nemo. Kannst du mal bei mir sein? Ich bin nach Nordwesten gelaufen. Ich habe dich gesehen, du müsstest hier irgendwo sein. Bist du hier bei der Brücke gewesen? Bei so einer hässlichen Holzbrücke, ja. Die arme Map. Ja, hier war es. Oh, ja, hier sind alle Kisten. Das will ich nicht. Nee, will er nicht. Will er nicht, will er nicht. Oh, da sind wir bei Kisten. Alles von der Kisten. Oh, ja, oh. Ich habe geschnieft. Mann, jetzt sammelt er alles vor mir ein. Nur weil ich ihm verfolge. Räuchst du eine Waffe? Ach, du hast eine Waffe. Das ist etwas besser ausbestimmt. Ey, ich... Glöppetisch. Gleichwert. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Da habe ich mich gefreut über das Gleichwert. Willst du auch mal Nemo in die Hand nehmen? Geben mir, guys. Willst du mal meinen Nemo in die Hand nehmen? Das ist ein komischer Name für den. Oh, alle Nemo. Ach so, ich habe ihn auch. Ja, das habe ich noch. Aaaaaah. Au, au. Alles gut, wir hören auf. Es eskaliert. Nicht eskaliert. Nicht eskaliert. Hast du noch einen Chist? Oh, die ist ja auch nichts. Hey. Oh, ich habe einen Bogen. Ich habe gesagt immer, dass die Ofenkartoffeln beim Svex Texture Pack aussieht wie so ein Brötchen. Oh, guck mal, ein leckeres Brötchen. Ja, das finde ich auch. Schönes, leckeres Brötchen. Ein Schläppchen. Habe ich mir vom Bäcker geholt. Das ist hier ein Aquädukt. Die Ofenkartoffeln. Gehe ich mich ja aus mit Aquädukten. Junge. Oh ja, das ist ein Aquädukt, das sehe ich auch gleich. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich laufe hier oben lang, ob immer kommst du hier. Ja, so mache ich das. Was sind da denn hier? Letztens habe ich noch gesagt, aufgesetzte Akzente sind scheiße. Aber zum Glück machen wird das nicht. Ich kann das ja auch gar nicht. Also ich kann nicht, also Robert kann sowas immer ganz gut, aber ich kann sowas nicht. Aber Robert ist ja auch das Sprachtalent. Du blöder Appel. Ich habe heute im Radio gelernt, dass Bananen schneller vergammeln, wenn sie neben Appel leben. Das ist richtig. Da hinten sehe ich einen Namen. Ja, mein. Nein, deiner ist hinter mir. Mein. Ja, da vorne. Ja, ich habe gesagt, das ist richtig, meinen. Hallo. Bist du hier stehen? Bist du Jack? Wo sind zwei, ne? Ja. Pass auf, die schaffen wir nicht. Doch. Ich habe eine Holzachst. Und du darfst mal. Bist Jack? Toll, ich bin untergefallen. Der hat den anderen hat gekämpft. Aber ich bin runtergefallen. Schickt den runter. Oh fuck, der sammelt hier die ganzen schönen Sachen auf. Nein, ich komme hier nicht zur Seite. Okay, du musst du alleine machen. Okay, ich komme wieder zurück. Aber ich habe noch einen Faden gefunden. Hallo, Robert. Hallo. Komm ich hier. Dankeschön, das habe ich schon. Hast du noch was Besseres jetzt als eine Holzachst? Ah, ein Goldschwert. Alter, der hat die ganzen Schwerter und gibt es mir nicht. Nein, Mann, ich bin da gerade durch den Haufen gelaufen. Das ist ein bisschen gelaufen. Ich habe gerade durch den Haufen gelaufen. Jens. Da hat jemand den geschickt. Und da haben lauter Schwerter drin gesteckt. Ja. Ich weiß doch auch nicht, wer sowas macht. Perverse. Schreibe ich doch nicht so an. Perverse. Das ist perverse, was hier passiert. Das ist perverse, was hier passiert. Wach. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt lachen. Warum nicht? Bach. Giebel. Oh. Eheh. 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 Oh, ich hoffe, die Aufnahme wird was. Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Oh, eine leere Schüssel. Oh, aber ich bin jetzt mal beschäftigt. Wieso soll man leere Schüsseln in Kisten finden? Da, 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 da. Da, 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 da. Weiß nicht. Siehst du welche? Ja, da sehe ich. Oder bist aber du da oben schon. Da sehe ich zwei und da auf der Seite ist auch noch einer. Guck mal, den da holen wir uns. Geh mal. Ja, hier komme ich nicht hier lang. Hey, hier lang. Nicht hier lang. Hier ist nur Wasser. Nicht hier lang. Wo ist der? What? Hier ist ein Gang mit Kisten. Ich weiß nicht, wie ich wieder rausgekommen. Oh, aber diese... Ah, nein, ich werde gesagt. Oh, hier sind zwei. Oh, ja, wir haben mal auf einmal hohe Stimmen. Oh, Hilfe, Stefan, Hilfe. Ihr seid unter mir. Ja. Oh Gott, da kommt noch einer. Ich habe Angst, die flagen mich hier bestimmt tot. Geht weg hier. Oh, ich habe den besiegt. Wie habe ich das gemacht? Ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Hilfe, Stefan, Hilfe. Ja, bist du im Wasser? Nein, ich bin rausgekommen. Ich bin rausgekommen. Ich ron hier draußen. Ja, lauf ins Wasser. Hier. Hallo. Oh, oh. Nein, der kommt in mir hinterher. Rennst du jetzt auch weg? Nein. Ich kämpfe wie ein Mann. Hilfe. Nein. 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 Hä? Wo bist du? Bist du tot? Nee. Nein. Warum sind die zwei hinter mir? Ich komme mir in den Gang nicht hinterher. Ich weiß nicht, wo ihr lang gelaufen seid. Ich glaube, die kommen mir auch nicht hinterher. Ich gehe nach draußen im Wasser. Ich habe eine Kuh gefunden. Ich mache die Kuh tot. Sehr gut. Der ist noch ein Schwein. Komm, Schwein. Wir sind ein Team. Robert? Oh, das scheint gestorben. Versuch mal draußen. Hat das noch einer? Ich glaube, ich sehe dich. Oder ich sehe den. Weiß nicht. Das war auf jeden Fall das Brüle. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, hier sind noch welche. Das sind die beiden wieder. Oh, nee. Warum sind die auch mal mit vor mir? Robert? Lauf mal Richtung Süden, wenn du kannst. Ja, ich sehe hier welche C2-Teams. Ich versuche, die Teams zusammen zu bringen. Damit sie sich zusammen gegen dich verbinden. Nein. Halt durch. Ich renne. Ich kann nicht mehr rennen. Was siehst du denn? Wo bist du denn? Kack den. Kack. Hä? Hier sind zwei. Oh, hier sind vier. Das muss doch dann bei dir sein. Ja, ich bin hier hinter dem Teich. Wenn die da noch sind, ich sehe gerade keinen. Ich habe gegessen. Ich renne. Alter. Was für eine Runde. Oh, ich habe noch einen besiegt. Nein. Doch. Alter, Deadmatch kommt. Was? Verdammt. Ja, ich habe auch so gut wie nichts. Vor allem bin ich nicht mal satt und mir fehlen noch 2,5 Herzen. Okay, ich sammle das hier noch schnell auf. Dann habe ich für dich eine gute Rüstung, wenn wir uns treffen. Wie, wann wir uns treffen? Wir haben 40 Sekunden. Im Demand, nein. Ein Gegner? Holy Moly. Nee, zwei. Wurstwasser und Roykoi. Bei mir ist nur noch Wurstwasser auf Tab. Hier läuft der andere. Hier läuft der andere. Bei mir ist nur noch Wurstwasser auf Tab. Ich stehe den ein. Gott, oh Gott, oh Gott. Er schießt auf mich. Oh, jetzt soll ich hier 20 Sekunden weglaufen. Ja. Wie lange noch? Ah, der schießt auf mich. 9, 8. Ist das Wurstwasser? Äh, ich kann mich nicht umdrehen. Unfähig. Das muss der sein. Wo bist du? Das bist du. Ja, Robert. Hallo. Nee. Das ist nur noch der eine, siehst du? Pass auf, pass auf. Äh, shit. Ich muss Zeit kriegen. Äh, ausziehen, anziehen. Er kommt. Oh. Komm. Aua, aua. Oh nein. Aua, aua. Aua, aua. Ja. 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 Ja, Mann. Junge. Oho. Ich hab nicht übersteuert. Das warst du. Ja, genau. Oh. Jetzt hat die Runde tatsächlich geklappt. Beißt du mir hier grad? Nee. Was beiß ich dir? Beißt du mir grad? Alter, du Ferkel. Hast du mal noch was zu essen? Ich bin immer noch hungrig. Ich hab vor dem Kampf nichts gegessen. Was? Lemus? Ach, Nemus. Nemus und ein paar Karotten. Moschus. Moschus. Lemus. Rufting Tafel. Tafel. Alter. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, ähm, es ist ziemlich spät und wir werden es nicht mehr schaffen, für morgen noch eine Map aufzunehmen. Aber ich habe in der Zeit, wo Stefania im Urlaub war, schon einen Mod vorbereitet. Der kommt dann. Das war ein halbes Stunden Video, aber naja, ich sie sein Video. Ich habe grad eine Kartoffel rausgezogen, die hieß, no sword for you. Deswegen hast du gemacht. Nein. Wieso ist der hier nirgendwo ein, ja. Grafting Table. Grafting Table. Wieso willst du mich kaputt machen noch mit irgendwas? Ich will das nicht. Möchten wir nicht irgendwann mal kämpfen jetzt? Wir haben noch drei Minuten. Was? Warum haben wir drei Minuten? Ja, ich habe den Trank der sofortigen, der sofortigen Schadens, jetzt bin ich nur halbvoll. Waaat? Darf ich lesen, was das ist? Was, jetzt können wir kämpfen. Ja, ich will alle gewinnen. Damit ich es nicht so leicht habe, feile ich selber nochmal. Alter, was für eine dumme Runde. Ich fand die lustig. Und ich hätte niemals gedacht, dass wir das gewinnen. Hier ist die Kartoffel. Ja, ich habe ein paar Kills gemacht, Robert. Ich habe ganz gut abgeschaltet. Ah, ich muss geschaltet. Abgeschaltet, ja. Abgeschaltet, abgeschaltet. Irgendwann. Dü, 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 dü. Oh, nee. So, ich bin soweit. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt wegen getötet? Ich glaube nicht. Na. Klar, den einen gerade. Ey, die Fiesen. Aua. Ande, den habe auch ich getötet, oder was? Aua, Opa, Opa. Aua, Aua. Wieso treffe ich die nicht? Wieso treffe ich nicht? Wieso treffe ich nicht? Ja, wieso treffe ich jetzt nicht mehr? Was? Junge. Ah, ich habe mein Schwert getroppt. Was? Schlag? Du hast Schlag getroppt. Ich habe mein Schwert getroppt. Ja, genau. Ey. Ich habe keins mehr. Oh, das Unfälle. Wo ist das? Bleib stehen. Hast du es schon eingesammelt? Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, ah. Hui. Kriegst mich niemals. Doch, reihoff zu übersteuern. Niemals. Mann, wo sind denn hier unsere Sauhaufen? Wir haben doch ja irgendwo ein bisschen schmissen. Ja, Leute sterben doch an Ohrenkrebs. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Jawohl, komm. Mach doch. Nein, nein, nein. Was? Was ist denn noch geblankt? Und ich... Drei Kills übrigens. Jawohl. Ich fass das nicht. Ja, so kommt man in den Himmel. Alter. Na gut, das war die verrückte Runde, die wir es lang jemals aufgenommen haben. Ja, das war wundervoll. Alter, das ist doch nicht normal. Habt ihr Robert Shane Pullover bemerkt? Den hab ich ihm gestrickt. Gehn hier. Nein. Gehn. Mein Robert. Guck mal, ist da ein Anker hinten drauf? Da ist ein Anker hinten drauf. So, los, wir verabschiedeln uns. Ja, gut. Schneid doch dein Kniebär ab. Schnips. Ist nicht so viel, braucht nur Schnips machen. Ja, gut, jetzt reicht. Was denn? Bei Robert muss man auch nur Schnips machen. Das musstest du jetzt noch sagen. Ja, sonst stehe ich ja so. Nein, bei mir muss man schnapp. So, ist gut, jetzt. Feierabend, tschüss. Wir verabschiedeln uns. Bis zum nächsten Mal. Tschau, ihr kleinen Affen. Tschüss. Gott.